Hallo zusammen! Willkommen zu einem weiteren Video der Speed Engineering GmbH. Eine große Trennung steht eventuell bevor, denn dieses Auto wurde vor der Speed Engineering gebaut. Ich knall das Huhn gleich ab. Hört man? Meinst du, das hört man? Ich glaube schon, ja. Das ist ein Luftgewehr, wenn wir nicht anfangen zu reden. Und das ist genau der Punkt. Wir haben jetzt hier wirklich absolute High-End-Fahrmaschinen. Keine genauen Gedanken gemacht, aber verschwindet die Kamera gerade nach da oben? Sind wir wieder da? Ja. Hallo zusammen! Willkommen zu einem weiteren Video der Speed Engineering GmbH. Eine große Trennung steht eventuell bevor. Das ist das Thema des Videos. Du wirst dich vielleicht wundern, aber ja, in diesem Video geht es wirklich darum, das Announcement, dass wir uns von Fahrzeugen trennen. Von einem Fahrzeug, welches ihr im Detail kennt. Unser wirklich aller, aller erstes Ultimate-Fahrzeug. Und der Hyundai ist das erste Ultimate-Fahrzeug. Ich erkläre dir gleich wie und was und warum. Ein bisschen Historie. Und ja, das ist auch ein Stück Firmengeschichte. Aber ein Fahrzeug, welches du kaum oder vielleicht sogar gar nicht auf diesem Kanal gesehen hast. Nämlich dieser E92 M3. Ein vollwertiges Rennfahrzeug mit Wagenpass. Und auch das ist ein wichtiges Stück Firmengeschichte der Speed Engineering GmbH, obwohl du das Auto auf dem Kanal nicht gesehen hast. Erst einmal kurz die Gründe. Das wird dich vermutlich am meisten interessieren. Warum trennt man sich von solchen Fahrzeugen? Es ist zum einen wirklich banal. Ich habe damals immer wirklich Menschen beneidet, die so eine Aussage treffen. Ich habe sie wirklich doll beneidet. Aber es ist zum einen Platz. Das ist aber ein nachgerückter Grund, wenn wir in die Zukunft schauen, was die Speed betrifft. Wenn wir uns unseren Fuhrpark anschauen, der ja stetig nun mal wächst. Dann ist es so, dass wir mit einem stetig wachsenden Fuhrpark in Zukunft aber weniger fahren werden. Was bedeutet das? Du hast ja höchstwahrscheinlich mitbekommen, was wir mit den Cup Einsern vorhaben. Low Budget Race Car. Die Idee war, wir wollen viele Menschen auf die Rennstrecke kriegen. Wie bekommst du das hin? Indem du ein Konzept entwickelst, welches nicht so unfassbar teuer ist, dass es sich wirklich kaum jemand leisten kann. Dieses Konzept, so wie es für dich greift, greift es aber auch für uns. Das ist unsere Chance, aktiv Rennen zu fahren. Wir haben ja damals einen kläglichen Versuch gestartet im 318TI Cup. Warum kläglich? Weil damals war ich noch nicht selbstständig. Damals war ich angestellt. Mit Dennis und Malte zusammen haben wir dieses Team gegründet. Dann ist mir das Geld ausgegangen. Ich hatte kein Geld mehr zu fahren. Das heißt, mein Geld wurde in dieses Team mit reingebuttert und wir mussten Paydriver reinnehmen. Und dann stand ich mit Dennis in der Box. Das möchte ich nachholen. Ich möchte wieder aktiv fahren. Das bedeutet wiederum, dass wir unser Team sehr, sehr, sehr viel mit diesen Einsern trainieren müssen und Rennen fahren werden. Das wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Und wer soll diese Fahrzeuge hier bewegen? Und das ist genau der Punkt. Wir haben jetzt hier wirklich absolute High-End-Fahrmaschinen, die nicht gefahren werden. Und das ist schade. Das heißt nicht, dass wir diese Fahrzeuge verschenken. Der interessante Part zu der Historie kommt jetzt gleich noch. Das heißt nicht, dass wir diese Fahrzeuge verschenken müssen. Ihr seid Kenner. Ihr seid nicht neu auf dem Gebiet und ihr wisst, was so etwas kostet und was so etwas kostet. Und ihr wisst, dass diese Autos gottlos performen. Aber ich sage auch ganz klar, bevor wir diese Autos verschenken, ich meine, es ist ein Neubau geplant. Dann baue ich lieber einen Glaskontainer und fahre diese Dinger da rein und erfreue mich jeden Tag ein kleines Stück daran. Und das ist auch sehr, sehr viel wert. Mehr wert als der monetäre Wert wahrscheinlich des Fahrzeugs. Genau. Ja, also ich hoffe, du verstehst, warum wir diese Fahrzeuge verkaufen. Die Entwicklung ist hier abgeschrieben. Wir kommen einmal kurz zum Hyundai. Ich werde dir nicht im Detail erzählen, was dieses Fahrzeug alles hat, weil die meisten von euch wissen das. Und die mit konkretem Interesse werden uns kontaktieren. Aber einmal ganz grob gesprochen, das ist das narren sicherste Fahrzeug, welches wir haben. Wir haben einige, auch einige Kunden, die das Auto gefahren sind. Und es ist also wirklich Porsche-Fahrer, GT3 RS-Fahrer, M2-Fahrer, Rennfahrer. Und das ist wirklich das Fahrzeug, womit jeder, wenn er einsteigt, so unfassbar schnell ist. Und das würde ich wirklich sagen, ist das Aushängeschild dieses Fahrzeugs. Hohe Geschwindigkeit und Sicherheit. Erstes Ultimate-Fahrzeug. Tatsächlich. Also das ist das erste Fahrzeug, welches wir gebaut haben und in seinem Wesen so weit verändert haben, dass es zu einem Ultimate geworden ist. Dass, wenn du das Auto anschaust und fährst, weißt, dass es so weit weg von der Basis ist, dass es mit einem normalen Hyundai wirklich ganz wenig zu tun hat. Und vom Performance-Level wirklich ein Ultimate ist und etwas gänzlich anderes ist. Das heißt, Dinge, die du siehst, das ist alles schön, das ist alles cool. Der Breitbau ist gut, die Carbonhaube ist gut, der Flügel ist gut und so weiter. Aber das Auto hat halt auch seine Innereien, die dazu beitragen. Das bedeutet, wir fahren hier mit über 400 PS standfest, mit zusätzlicher Kühlung, mit mechanischem Sperrdifferenzial, mit AP Racing Bremsanlage und allem Zip und Zapp, mit getauschten Antriebswellen und so weiter. Also das Auto wurde immer durch und durch komplett gewartet. Wie gesagt, ins Detail brauchen wir nicht gehen, weil ihr vieles der Entwicklung bereits mitbekommen habt. Wir haben ein Kennzeichen an dem Fahrzeug. Das bedeutet, dass du mit diesem Fahrzeug, ich würde es dir echt nicht empfehlen. Du kannst zwar zur Strecke fahren, dort fahren wir zurück. Ich empfehle es dir wirklich nicht, weil das Auto ist auch entsprechend gelagert. Das Auto hat einen umfangreichen Käfig. Wie du hier halt siehst, das Ganze ist halt wirklich schon wie so eine Schweißzelle. Es liegt sehr plan am ganzen Chassis an etc. Short Shifter und so weiter. Die originalen TCR Türverkleidungen und somit ein Rennfahrzeug mit Zulassung. Und das ist ein Stück wichtige Speed-Geschichte, denn das war das erste Ultimate Auto. Und dadurch, dass es auch voll entwickelt ist und wir wirklich nicht mehr wissen, wie wir das Auto verbessern sollen, dass es im legalen Rahmen bleibt, also wissen wir wirklich nicht. Außer jetzt mit irgendwelchen Nuancen, mit Carbon-Türen oder solche Geschichten. Aber das ist jetzt wirklich keine Engineering-Kunst mehr. Das ist dann wirklich die Tür nehmen, Abform in Carbon dran machen. Es ist geil, ich weiß, aber wir sind Entwickler, wir brauchen eine Herausforderung. Und diese sehen wir bei dem Fahrzeug nicht mehr. Das ist einfach das Limit. Eine einzelne Fertigung an einem Fahrwerk ist hier verbaut. Das ist ein Fahrwerk, welches nur für uns, für dieses Fahrzeug gebaut wurde. Ja, genau. Nächstes Stück Geschichte. Du wirst dich fragen, warum? Weil das Auto haben wir ja gar nicht gesehen bisher. Ich will dir dazu einmal ganz kurz erklären. E92 M3. Das Feinste vom Feinsten wurde hier verbaut. Es ist kein Speed Ultimate, denn dieses Auto wurde vor der Speed Engineering gebaut. Es hat einen Wagenpass und es ist ein... Jetzt halte ich fest, jetzt kommt die Besonderheit an diesem Fahrzeug. Es ist ein vollwertiges Rennauto, welches du in jeder Serie einsetzen kannst, welches noch nie in seinem Fahrzeugleben einen Renneinsatz erlebt hat. Und das ist der nächste Grund. Plan war es, mit diesem Auto Rennen zu fahren. Hier, diese Mistmöhre hat uns den Plan zerschossen. Genau die. Sie sieht doch immer sehr hässlich aus, aber wir sind in der Finalisierung. Du siehst hier Karnatz, du siehst hier eine Ansaugung, du siehst hier irgendwelche Ausschnitte. Die Mistmöhre sorgt dafür, dass dieses wunderschöne Fahrzeug nicht bewegt wird. Schwierig zu glauben? Ist aber so. Ich knall das Huhn gleich ab. Hört man? Meinst du, das hört man? Ich glaub schon, ja. Hast du ein Luftgewehr? Wenn ich anfange zu reden, der... Junge ey, kauf die Karre! Das ist kein Ultimate, das haben wir nicht gebaut. Das Auto wurde vor der Speed gebaut. Warum ist es trotzdem ein wichtiges Stück Geschichte? Die Speed Engineering in ihrer Konstellation und in ihrem Wachstum, wie ihr es verfolgt, hat unter anderem Dank zu leisten an diesem Fahrzeug hier. Denn jetzt halte ich fest, ihr kennt ja... Ich weiß, viele sind immer neu dabei bei vielen Videos. Ihr kennt den Tobi nicht, der ist ganz selten vor der Kamera, ist einer unserer Fahrer. Aber auch der Podcast-Liebling. Also jedes Mal werde ich gefragt, wann machst du wieder eine Folge mit Tobi? Ja, ich mach bald wieder eine Podcast-Folge mit Tobi. Beruhig dich! Das Auto gehört Tobi. Bei uns ist das alles immer so ein bisschen... Das geht immer ineinander ein. Das ist ein fließender Übergang, wem irgendwie was gehört, weil wir einfach so eng zusammenarbeiten, dass es das so bei uns nicht so wirklich gibt. Aber nach wie vor das Fahrzeug Tobi und er hat es vor der Speed aufgebaut. Dann war es so, in der Zeit sind wir im 318T Cup gefahren. Wir wurden hierhin eingeladen, denn der Plan war hier mit Rennen zu fahren. Und dann standen wir an diesem Auto. Wir wurden eingeladen, wir haben uns kennengelernt, weil die Jungs, die das Auto gebaut haben, auch inklusive Tobi, haben uns auf YouTube gesehen und gesagt, hey, ihr seid neu in der ganzen Thematik, wir auch. Komm, wir tauschen uns ein bisschen aus und ihr helft uns beim Einstieg und wir können euch dann anderweitig supporten, weil ihr seid ein winziges Team, was wir auch wirklich waren. Und wir so, hey, cool, machen wir. Wow, krasses Auto, damit wollt ihr fahren, cool. Dennis und ich gucken uns das an und dann sagen wir so, ja, ist ganz cool gemacht, aber hier so ein Ankerblech, das würden wir irgendwie anders konstruieren. Und dann so, ja, warte mal, wie konstruieren? Ihr könnt konstruieren? Und wir so, ja, ja schon, wir sind beide Ingenieure. Hä? Ihr seid doch diese YouTube-Hampelmänner. Ich so, ja, okay, dann machen wir nebenbei. Wir sind Vollzeit-Ingenieure und wir wollen uns selbstständig machen. Und Tobi dann so, Moment mal, erzähl mir mehr. Und aus diesem einen Abend wurde eine Folge von vielen, vielen Abenden mit interessanten und sehr intimen Gesprächen mit einem Crashkurs an Kennenlernen. Und daraus ist im ersten Zuge eine Freundschaft entstanden und im zweiten Zuge die Speed Engineering GmbH, die wir ja nun gemeinsam gegründet haben. Das heißt Dennis, Tobi und ich. Und das ist an diesem Auto passiert, während es auf der Bühne war. Und deswegen ist das auch ein Stück Speed-Geschichte. Und du verstehst jetzt wahrscheinlich, warum ich sage, dass das auch in dem Sinne ein wichtiges Auto ist. Aber es ist halt kein Speedumbau. Und mittlerweile haben alle Speed im Blut. Und das Auto wird halt auch einfach nicht bewegt und in Zukunft noch weniger. Und dafür ist es einfach schade. Ja, genau. Eine kleine Geschichtsstunde, ein kleines Announcement, dass wir die Autos verkaufen. An alle da draußen, die dieses Auto im Thumbnail gesehen haben und sich jetzt gefreut haben und gesagt haben, Boah, geil, es gibt Speed-Teile für ein E92 M3 und jetzt verkaufen die das Auto. What? Du kannst dich beruhigen. Also ich sag mal so, im engeren Dunstkreis oder fast zu sagen in der Verwandtschaft befindet sich noch ein E92 M3 in absolutem Serienzustand. Und wir haben das Auto auf dem Schirm. Keine Sorge. Also da, ich kann nicht sagen wann, aber wir haben das Auto auf dem Schirm. Und da werden Dinge passieren. Genau. Also die nächste Frage, wie teuer sind die Autos? Ich weiß es nicht. Tatsächlich haben wir uns da keine genauen Gedanken gemacht. Aber, verschwindet die Kamera gerade nach da oben? Sind wir wieder da? Ja. Okay. Gut. Ähm, preislich. Ich weiß es nicht. Ähm, wenn wir die Autos im Motorsportmarkt inserieren, dann wirst du Links in der Videobeschreibung finden. Falls wir das nicht getan haben, schreib uns einfach eine E-Mail und wir sprechen drüber. Ähm, genau. Also du siehst, wir haben da noch kein klares Konzept. Aber, ähm, wenn man Interesse hat, wird man sich schon melden und sonst werden wir die Autos inserieren. Und in dem Sinne, hoffe ich, habe ich nichts vergessen. Äh, wenn du Fragen hast. Boah, wir haben jetzt technisch über das Auto hier gar nicht gesprochen. Ich habe einfach nur gesagt, High-End vollwertiges Rennauto. Ich würde vielleicht mal die ganzen Details da mal erwähnen, was umgebaut worden ist, was gemacht worden ist. Ach, ich bin echt hohl, ey. Ja, manchmal quatsche ich mich einfach in irgendeine Richtung und dann weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Ja, kurz zu dem Auto. So. Ich gehe nicht auf die Dinge ein, die offensichtlich sind. Wie, da ist ein Splitter, da sind K-Nads, du siehst einen Einlass für eine Bremsenkühlung. Äh, das ist Carbon. Das ist, Carbon oder GFK? Ah, ich glaube GFK. Äh, das ist Carbon. Äh, Verkleidung, Türverkleidung innen wie außen. Also alles, die gesamte Tür, Carbon, Makrolon, Ohren, sorry, Ohrensitze, ähm, kein manuelles Getriebe, was fürs Rennfahren natürlich gut ist. Einschweißzelle, rundum Makrolon, Carbon-Dach, Carbon-Heckdeckel, äh, komplette Titan-Abgasanlage, Speed-Diffusor. Wobei das der Diffusor, das ist nicht der finale Diffusor, das Auto bekommt noch den finalen, das ist ein Prototyp, Prä-Final. Äh, geschmiedete Felgen, Titan-Abgasanlage habe ich schon gesagt, ne? Drechsler-Sperre, äh, das Auto steht auf Vollslicks, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir zwei Satz. Äh, zwei Satz, also einen Satz für, für, äh, Vollslicks, einen Satz für Regenreifen. Ähm, Entlüftung vorne, das heißt der ganze Kurzflügel ist getauscht, hatte ich ja gerade schon erwähnt. Komplett Uniball gelagert, AP-Racing-Bremsanlage vorne wie hinten und kein einziger Rennstreckeneinsatz. Zero. Zero, zero. Das heißt, das Auto ist nur ein paar Mal auf Trackdays gefahren. Und wird eigentlich jede Saison rausgeholt, gewartet, Betriebsmittel gewechselt und dann wird es wieder reingefahren. Das geht, glaube ich, schon seit drei Jahren so. Ja, genau. Rundum, ein wunderschönes Auto. Und, äh, wie gesagt, wenn du Interesse hast, dann, äh, sprechen wir da einfach im Detail drüber. Beflogtes Armaturenbrett sehe ich gerade von hier. Soll ich dir sagen, warum ich dieses Auto nie gefahren bin? Weil ich habe so ein sehr ausgeprägtes Haben-Wollen-Gefühl. Und ich weiß, dass das bei dem Auto passiert. Und deswegen war ich bisher nur Beifahrer einmal. Und, äh, mir wurde auch schon tausendmal angeboten, das Auto zu fahren und Trackdays und mitnehmen und so weiter. Aber ich habe es immer abgelehnt, weil dann fängt das wieder an. Weil ich kann jetzt gerade nicht ein E92 M3 kaufen, ne? Neben hier Supra und und Z und was wir alles hier haben, äh, das geht gerade einfach nicht. Aber dann fangen halt so bekloppte Ideen an wie, boah, der Motor, den, den kann man auf Palette kaufen, in die Supra bauen, sequenzielles Getriebe und all so ein Kack. Deswegen einfach Abstand davon halten, es ist nicht gut für mich. Aber vielleicht ist es gut für dich. Und wenn nicht, dann ist es gut in einem, in einem Glaskontainer in unserer neuen Halle. Danke fürs Zuschauen und, äh, ich bin gespannt auf die Kommentare und wir sehen uns. Beim nächsten Mal ein etwas anderes Video, aber nächstes Mal wird es wieder technisch. Weniger Historie, mehr Technik. Tschüss!